So, das Immunsystem stärken, die Haut verschönern, ja, das Hormonsystem so richtig gut pimpen. Wer wünscht sich das nicht? Und viele Patienten fragen mich, was könntest du empfehlen? Und Zink, Zink ist eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und warum Zink wichtig ist, wie du Zink einnehmen solltest oder ob es über die Nahrung ausreicht, Zink zu dir zu nehmen. Das erfährst du im folgenden Video. Und wenn du ganz bis zum Schluss bleibst, erfährst du auch den geheimen Trick, wie du Zink wirklich in die Zelle bekommst, sodass du eine Wirkung hast, was bei vielen anderen nicht funktioniert. Worauf solltest du achten? Fünf Punkte, die entscheidend sind bei deiner Zinkaufnahme, auf die du auf jeden Fall achten solltest, sodass Zink überhaupt wirkt. Der erste Punkt ist, nehme Zink nie mit Calcium, Magnesium, Eisenpräparaten ein oder anderen Medikamenten. Sie interagieren so, dass Zink entweder nicht wirkt oder das andere nicht wirkt. Das heißt, ganz, ganz wichtig, nehme es nicht mit anderen Sachen ein, die interagieren. Die zweite Sache ist diese, nehme Zink so ein, dass es ein organisches Salz ist. Organische Salze werden viel, viel besser vom Körper verstoffwechselt und kannst darauf achten, dass du zum Beispiel Zinkkistamin, Zinkpigolinat hast. Das sind sehr, sehr gute Salze. Es gibt noch viele andere, aber ein organisches Salz ist entscheidend für deine Wirkung. Dann drittens, führe Zink in genügender Menge, in ausreichender Menge, aber nicht zu hoher Menge zu. Das noch als Booster für dich. Ich empfehle zwischen 15 Milligramm und maximal 100 Milligramm am Tag. Wirke ich aber nur, wenn du einen starken Mangel hast. Wenn du sagst, du willst langfristig am Zinkwert arbeiten, reichen 15 bis 25 Milligramm am Tag aus. Und der vierte Punkt ist, wie bekommst du Zink richtig in die Zelle? Ein sogenanntes Zinkionophor, das ist im Endeffekt durch die Membran in die Zelle wandert, sodass es überhaupt wirken kann. Und mein Geheimtipp für dich ist, nehme Zink kombiniert mit Quercetin und EGCG. EGCG ist ein Stoff, der ist in grünen Tee sehr gut enthalten. Das heißt, trinke einen schönen grünen Tee plus Quercetin plus ein biologisch-organisches Zink und du hast einen Rieseneffekt. Und der fünfte Punkt, wenn du alles perfekt machen möchtest bei deiner Zinkeinnahme, nehme zusätzlich auf jeden Fall noch Vitamin B3 und Selen dazu. Diese Fünferkombination von diesen Stoffen führt dazu, dass Zink bei dir so gut anflutet wie bei keinem anderen. Und ich glaube, es hat noch keiner in so einem Video gesehen, wie die beste Einnahme von Zink ist. So, und eine Sache noch. Nehme Zink am besten immer am Morgen ein. Am Morgen, so wie ich es dir gesagt habe, nüchtern mit einem Tee, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wir werden auf jeden Fall Nahrungsmittel, die viel Zink enthalten, unten drunter unter dem Video reinschreiben. Ich gebe dir mal eine Quelle, die am meisten Zink enthält, das ist in Austern, den Rest einfach unter dem Video nachschauen. Und ich bin immer ein Freund davon, zu gucken, brauchst du Zink überhaupt? Das heißt, messe, was messbar ist. In dem Fall, geh zum Arzt, lass dir einfach mal deine ganzen Blutwerte bestimmen. Das sind Hormone, das sind aber auch Vitaminespuren, wie bist du da aufgestellt und was fehlt dir? Weil nur was dir fehlt, musst du auch zuführen. Das gibt es, glaube ich, auch zu Hause. Ich verlinke auch von Sarah Screen einen Test, den habe ich auch gemacht, den fand ich persönlich sehr, sehr gut. Weil man im Endeffekt da mal schnelle Informationen darüber bekommt, wenn man nicht zum Arzt gehen kann. Aber ansonsten, wenn du einen guten Arzt hast, geh auf jeden Fall hin, weil der berät dich auch nochmal deswegen. Falls du noch Fragen zum Thema Zink, Immunsystem oder anderes hast, stell mir auf jeden Fall die Fragen in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Mach's gut, dein Frank.